Die Schultheatertage hier in Freiburg sind etwas ganz Besonderes, denn in Freiburg nehmen die Schultheatertage die schulischen Theaterproduktionen aus dem Schulalltag, aus den Schulen heraus und überführen sie in das Umfeld des Theaters Freiburg und des Theaters im Marienbad. Also, ihr seid bereit? Rudi, jetzt aber mal. Hallo Kinder! Hallo Robi! Nein, du witzig Kinder! Ja! Kommt ihr denn her? Aus Freiburg und Umgebung, aber er gehört sogar, bis von Kirchzarten kommen ein Geschwister. Ja, echt? Sie sehen sogar nicht noch aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier haben. Heute ist bei uns was los, die Stimmung, die ist ganz famos. Ihr seid da und das ist schön, was ihr bringt, wir werden sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Schön euch hier bei uns zu sehen. Schule früher, Schule heute, zeigen euch danach die Leute aus Kirchzarten in ihrem Spiel. Denn das hat sich ganz schön viel. Hi Leute, schön euch zu sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Schön euch hier bei uns zu sehen. Hi Leute, schön euch hier bei uns zu sehen. Alles wird auf den Kopf gestellt. Tschüss. Hi Leute, schön euch hier bei uns zu sehen. Hi Leute, schön euch zu sehen. Schön euch hier bei uns zu sehen. Momo besuchen wir zum Schluss, ein Stück, das jeder sehen muss Graue Herren und Kassiofeier, am Ende gibt's ne Riesenfeier Hi Leute, schön euch zu sehen, hi Leute, schön euch zu sehen Hi Leute, schön euch zu sehen, schön euch hier bei uns zu sehen Nun aber genug davon, die Workshop-Leiter waren schon Die der Taggabe fangen an, für dich, für mich, für jedermann Hi Leute, schön euch zu sehen, hi Leute, schön euch zu sehen Hi Leute, schön euch hier bei uns zu sehen Hi Leute, schön euch zu sehen Hi Leute, schön euch zu sehen Schön euch hier bei uns zu sehen Ich hab keine Lust. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schlafen sie noch heute. Das ist das Ende dieser Geschichte. Ich hab keine Lust.